Hallo und herzlich willkommen hier was zu RadiesTV. Ich bin Simon, das ist mein erster Vlog. Es geht um Burger. Wir sind ja bei Bob Sack Burger, dem besten Burgerladen Berlins. Das ist Koste, der wird euch vielleicht auch kurz was dazu erzählen. Ja, hi, ich bin Koste. Das ist mein kleiner Burgerladen, schöne Weide, Bob Sack Burger. Mega lecker. Ja, mega lecker, hören wir gerade vor dem Fassaden, danke sehr. Also, ich würde sagen, kommt einfach rein, ich zeig euch was da drin abgeht. Aber Ziggy, der Sport ist gut für dein Zuhause. Was machst du im Sport? So, nun heißt es feurig, frisch und hoch gestapelt, die Burger werden zubereitet. Viel Spaß dabei. Eventually nennt sich sogar bei Wür Slowly zubereitet. Nach application zubereitet. Woo. Sch!!!! So denke ich? Chili, zu einem road. Gibt's klar? Ja. 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 Ey, du hast die Zübeln gar nicht. Aber die gehören ja auch nicht dazu, oder? Geil. Ja, dann schaffst du mit was Sprengen. Oder willst du erstmal den Burger? Warte, ich mach erstmal den Burger. Genau. Machst du das, oder? Hm. Ja, der war nicht, oder? Warte. Musik. Eenderreizungen. Gästerreizungen. Ist halt die colors. Ja. Säkertes. Mälen Teig. Soll ich bei dir extra Käse machen, Siggi? Ja. Und jetzt kommt gleich der geile Moment, ich mach's unter die Glocke, lass auf jeden Fall die Aufnahme laufen. Hast du ja? Ja. Okay, jetzt geh mal rüber auf die Brötchenseite. Warte mal gut. Wie ist der denn aber alles? Hm. Dein Goldkätzchen. Jetzt kann ich leider noch nicht zoomen. Jetzt würde ich mir noch was zu trinken holen. Okay. 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 Whoa. Boah! Ich werde nur spielen ein bisschen mit dem Zoom. Okay, wir sind soweit. Hier ist mein Barbecue-Burger. Peter hat sich auch einen Burger bestellt. Das ist der Schätze-Burger. Überhaupt hier im Laden, aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Jetzt testen wir den Barbecue-Burger. Ich beiß einmal rein und schaue mal. Er sieht mächtig aus. Ja, guten Appetit! Hau rein! Mal sehen, ob der scharf ist. Hau rein! Oh, der ist scharf! Alter! Super Fleisch, super Soße mit Salat. Frisch, lecker. Kann man wohl auf jeden Fall. Ich wünschte, ich könnte ihn jeden Tag essen. Mh, mh, mh. So Zuschauer, Burger ist leer gegessen. Ich habe den Barbecue-Burger dieses Mal ausgewählt, weil ich einfach Barbecue am besten finde. Nächste Woche gibt es einen neuen Burger. Ich habe ja auch kurz euch gezeigt, was es hier so an Burger gibt. Haut einfach in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet nächste Woche. Dann abonniere euch. Genau. Abgesehen davon, es erscheint bald Brainiac. Deswegen sagt es euren Kumpels, teilt es. Und ja, wenn ihr noch nicht habt, abonniert natürlich den Kanal. Ja, das war es von mir. Bis nächste Woche. Nicht vergessen den Kanal abonnieren. Einer die Glocke drücken. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.